Was ist die Übergangsphase? Ich erinnere mich an die Zeit in der Kaiserstraße, ich weiß noch die Adresse, heute noch Kaiserstraße 43, das war damals ein besetztes Haus, sozusagen ein Haus, das unbewohnt war, das aber noch sehr gut in Schuss war, wo dann in jedes Stock ein bunt zusammengewürfelter Haufen eingezogen ist. Und ich bin dort auch im zweiten oder dritten Stock gelandet und da haben dann in unserem Haus, glaube ich, zwei oder drei Leute zusammengewohnt in dieser Wohnung. Ja, das war Wasser und Strom und wie ist das? Wasser, Strom war alles vorhanden. Ich habe mich, das war ja damals so die Zeit, man war wie in einem gewissen Traum drin. Ich habe mich nicht gekümmert, warum da Wasser und Strom da war. Das war alles da und ich habe das genommen, wie es kam und ich habe mich da wohl gefühlt. Und speziell, das muss 1970 oder 1971 gewesen sein, war für uns hier oder für mich der Summer of Love. Der Summer of Love, der wird ja oft mit Woodstock in Verbindung gebracht. Unser Summer of Love war 70 oder 71, ich könnte es jetzt nicht mehr genau sagen, ich glaube ja 71, wo ich in der Kaiserstraße gewohnt habe und ein paar Meter weiter war das Wolkenhaus. Also der ein oder andere, der damals in München gelebt hat, wird wissen, wovon ich rede. Es war eine kleine Teestube, wo man dann abends zusammen kam und wo es eigentlich nichts Spektakuläres angeboten war, aber einfach dieses Feeling, was da da war, das war wunderschön. Also das gehört zu den Highlights für mich von der damaligen Zeit. Da waren da auch Berühmtheiten wie Rosi Rosi und Rainer Langhans mit seinen Freundinnen und Uschi Obermeier sind da verkehrt. Und ich war auch irgendwie dabei. Das war natürlich auch für mein Ego schon eine gewisse Aufwertung. Aber ich muss schon sagen, das waren nicht unsere Hauptwerte. Also die Hauptwerte waren einfach zu leben und zu fühlen, wir sind Teil einer Bewegung und Teil einer Zeit, die schon was Besonderes war. Und es war, wie gesagt, diese Aufbruchsstimmung. Wir wussten aber nicht, wo es hinführt. Im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, sehe ich den roten Faden. Kann man wirklich sehen, von jeder Phase zur nächsten, dass da ein gewisser roter Faden drin war. Das haben wir damals natürlich nicht gesehen. Wir haben einfach vor uns hingelebt und haben eigentlich Woche zu Woche unser Leben genossen. Und es ist immer irgendwas Neues passiert. In der Zeit war ich auch zum Beispiel in England. Das sind wir dann hingetramt natürlich. Also das war die Art der Fortbewegung damals. Und da habe ich in England dann gehört, das war 1970, dass das Isle of Wight Festival stattfindet. Das war im Zuge des Woodstock Festivals sozusagen ein Plagiat, wo man dann versucht hat, das auch in andere Kontinente zu übertragen. Da war das Isle of Wight Festival in England sehr berühmt. Da kamen auch, glaube ich, 250.000 Leute. Und dort habe ich Bob Dylan und Joe Cocker live gesehen und habe beim Ian in seinem Zelt geschlafen. Und ja, das waren so Dinge, die wie im Traum eigentlich so vorüberzogen. Ich war auch in Österreich in der Zeit. Ich hatte mit einer österreichischen Gemeinschaft einen Hof gekauft in der Steiermark, wo wir dann dort leben wollten und ökologischen Anbau betreiben wollten. Dann habe ich aber gemerkt, das passt nicht mit denen. Dann hatte ich nur Geld in den Sand gesetzt. Und so ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Das war aber alles noch scheinbar richtungslos. Und in dieser Zeit war es dann so, dass sich meine Suche eigentlich, die ausgelöst wurde durch das Buch Siddhartha von Hermann Hesse, die dann immer intensiver wurde und ich dann mit Leuten zusammen war, die da schon ein Stück weiter waren. Und damals war die Zeit, wo ganz, ganz viele Leute nach Indien aufgebrochen sind. Und ich hatte damals einen Bekannten, kann ich mich noch sehr gut erinnern, der hat bei mir vorübergehend gewohnt. Und der hat dieses ganze Image des Indienfahrers und des Morgenlandfahrers so ausgestrahlt. Und der hat meditiert und las immer in dem Buch Autobiografie eines Yogis. Das war damals ein Buch neben Carlos Castaneda, neben Siddhartha, das du eigentlich immer überall wiedergefunden hast. Und durch dieses Buch Autobiografie eines Yogis dann bei mir auch der Wunsch erwacht, selbst nach Indien zu gehen. Und das war dann auch der Wunsch erwähnt. Untertitelung.ago at